Geschenke, 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 kommen Sie ran, kommen Sie ran, hier ist für jeden was dabei. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Kamesin und Purpur Video. Heute habe ich für euch drei wunderbare Geheimgeschenke. Und so viel sei schon mal verraten, eins ist dabei, das ist nicht schlecht, das könnt ihr ganz bestimmt gebrauchen. Ich würde sagen, lasst uns gleich anfangen, rein in den ersten Code. Ihr geht auf das Poképortal, dann geht ihr weiter auf, es dauert noch einen kleinen Moment. Natürlich die Konsole vor von Offline auf Online schalten, sollte selbstverständlich sein. Und dann geht ihr ganz runter auf Geheimgeschenk und dann per Seriencode Passwort empfangen. Der erste Code lautet Level Up. Also wir gehen rüber auf das L, dann das E, dann das V, dann das E, dann das L, dann das U und dann das P. Level Up. Jetzt gehen wir auf OK und schauen uns an, was hinter Level Up sich verbirgt. So, es wird nach Geschenken gesucht. Geschenke Sonderbonbons. Ja, die kann man doch immer gebrauchen. Die nehmen wir mit. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie viele bekommen wir denn? So, Geschenke ist unterwegs. Und? Na komm, pack aus. Wie viele dürfen es denn sein? Du erhältst 10 Sonderbonbons. Ich meine, Freunde, das ist nicht schlecht, das kann man mal mitnehmen. Wunderbar. Das hat auf jeden Fall schon mal gelohnt. So, wir gehen weiter. Seriencode Passwort empfangen. Und das nächste Passwort ist Revive. Also, einmal das R, dann das E, dann das V, dann die 1, dann nochmal das V und das E. So, Revive. Dann wieder auf OK. Und das nächste Geschenk kann empfangen werden. Sehen wir gespannt. 10 Sonderbonbons haben wir schon auf Tasche. Das ist schon mal gut. Jetzt gibt es hier noch Toppe lieber. Jo, kann man durchaus mitnehmen. So, wie viele dürfen es sein? Kriegen wir auch hier? Wir 10 Stück? 10 Stück wären schon mal nicht so schlecht. Seien wir gespannt. Und? Na? Wie viele sind es denn? Macht ja auch spannend, ne? So, komm. Äh. 5 Toppe lieber. Aber gut, ist gratis. Nehmen wir mit. Ist ja nicht verkehrt. Aber, Freunde, kommen wir jetzt zum eigentlichen Highlight. Der dritte und letzte Code und glaubt mir, das lohnt sich wirklich. Er lautet Catch by Ball. Also, wir geben ein das C, das A, das T, nochmal das C, das H, B, Y, B, A, L und das L. Catch by Ball. Jetzt gehen wir auf OK. Und jetzt ist die Frage, was bekommen wir? 1, 2 Bälle, 3, 4, 5, vielleicht sogar 10? Nein, Freunde, es wird noch viel besser kommen. Aber sieh selbst. Das Itemset, das als Geschenk kommt, das nehmen wir gerne mit. Geschenk wird empfangen. Und jetzt seid gespannt. Jawohl. Großer Trommelwirbel, denn es lohnt sich wirklich. Und da kommt es schon. Jawohl. Auf den Deckel. Und wir bekommen, ja, komm, mach schon. Jawohl. Und? Ja, jetzt aber. Und schaut euch das an. Ihr bekommt 5x den Netzball. 5x den Tauchball. 5x den Finsterball. 5x den Timerball. 5x den Flottball. Und 5x den Luxusball. Und da muss ich wirklich sagen, wir haben schon einige Geheimgeschenke bekommen. Also das ist in den Top 3 hier oben. Es gab mal ein Pokémon. Das ist natürlich außen vor. Das ist top. Aber als Items und solche Geschichten, wenn ich bedenke, früher Stern starb so ganz schmal. Da ist hier diese ganze Ballgeschichte. Boah. Also ich bin zufrieden. Ich muss sagen, so kann das Wochenende starten. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt könnt ihr wieder rausgehen. Ihr könnt auch wieder von Online auf Offline schalten, wenn ihr wollt. Ganz wie ihr möchtet. So. Schnappt euch die Codes, solange sie gültig sind. Ich mache mich jetzt auf für 7 Sterne Terra Raid Event mit Ton Lobdue. Dazu folgt im Laufe des Tages noch ein Video. Bis dann erstmal. Tschüss und ciao. Euer Shure Talk. Bye bye.